Wir sind in der Rute 026, jetzt kommen wir zu Yu-Gi-Oh, zu Part 12, jetzt gibt es da, wo wir aufgetragen haben, das heißt, ich setze jetzt erstmal das schwarze Loch ein, dass das schon mal wegkommt. Habe ich erstmal schon das Feld gesolbert, hier mit? Okay. Ja, super ey, ernsthaft, war ja ernst gerade. Sehr gut. Ich trau mich mal noch nicht da, stehe ich für die scheiß Kartenküte, nein. Alter, das ist so nervend, ey. Oh, High Five. Oh, man. Also, endlich mal. Warte mal. Es ist egal, komm, passt. Hauptsache ich versuch'n. Naja, dafür kriegst du diese anderen Kabel. Weil die Kabel nicht gewöhnt hat. Okay. Ja, super. Ey, das ist doch echt so doof, Alter. Oh, ich muss euch ja wieder einen Karten kriegen, Alter. Puh, ich veranstalb, ey. Okay. Mein Fall dann. Wenn ich nicht dauernd so scheiß Karten ziehen würde, ey. Ernsthaft. Jaaa, warum bekomme ich nicht die Karten so... Ey, das ist doch beschiss gerade, ey. Leck mich auf das... Schlauze. Also das ist doch grad echt so ein Beschiss eben. So spiel ich immer Karten... Ohne Kartenkombination zusammen. Diesmal bekomm ich die scheiß Kartenkombination nicht. Ey. Nicht euer Drecks ernst. Ich find's scheiße, wirklich. Naja, komm. Weißt du was? Das ist mir jetzt zu blöd. Ich greif mich einfach an. Ich hab mir selbst... Okay. Ich wollte mir grad selbst das Ende vorbereiten, aber... Ja, komm, mach. So, weiter geht's jetzt. Hier. Ich bin einfach in der Dauer, dass ich so einen Scheißdreck ziehen würde, wäre es gut. Aber das kann man jetzt mal in der Freiburgie noch schützen. Aber ich werde auch die richtige Karte-Kombinationen. Ich weiß nicht, dass ich nicht direkt werde. Woa! Woa! Jetzt muss ich noch mal was, dass ich noch nicht mehr fahre. Jawohl! Perfekt! Jetzt ist es okay. Ich fühle mich ruhig eh mal was. Ich fühle mich ruhig überhaupt mal was funktioniert jetzt endlich. Jetzt fühle ich selber grad bisschen geklebt. Und... Schau. Ach. Und auch feiern wir für die Schuhe, ich bin zu großartig. Was ist denn los? Hä? Ich dein Kack Ernst jetzt eben, eben, maan. Was ist denn los? Ich glaube, es kommt nicht viel hier. Hey, sowas ist aber sowas hasse ich, ohne Witz, das ist was ich so hasse. Ich hab einfach nicht das mit mir, du wirst das sein zu haben. Ja, schön, das bringt mir auch nicht viel. So, erstmal eine Karte mit mir. So. Aber komm, das ist gar zu viel Zeitpunkt halt. Oh. Jetzt kommt mir da noch viel, weil ich hier nicht... Aber wenn der wieder einen Motto spiel, dann... Das ist gar zu viel Zeitpunkt. Das ist gar zu viel Zeitpunkt. Das ist gar zu viel Zeitpunkt. Damit er das macht. Das ist gar zu viel Zeitpunkt. Ich bin einfach nur... Unnormal. Oh, komm. Ich bin einfach nur... Oh! Ich hätte sie vorher nicht kommen können Das läuft mir jetzt grad nicht weiter Hm! Das ist ein Gleichstab! Ist ja auch genial, ey! Das helft, Alter! So! SOW! Hier bin ich wieder.. Was ist denn diese Scheiße, der wird gedruckt auf Null? Was ist denn diese Scheiße, der wird gedruckt auf Null? Was ist denn eigentlich bei mir gerade? Dann bin ich mir auch gerne gespannt So, ich beende mein Zug nicht bis dann Ja, klar, komm doch gleich mit den... äh... Ja, die nächste Scheiße... Ah, Scheiße, das wär jetzt gut nicht mehr... Ach, Mann... Ja, ich das jetzt jetzt überhaupt damit... Dann ist das Gericht, dass das funktioniert... Dann ist das Sintex überhaupt, ey, leck mich! Nein! Habe ich mal... Ich hätte das jetzt angreifen können, ey, damit... Mann! Ich mit meiner Blödheit gerade wieder... Was soll ich da... Scheiße, jetzt hab ich selbst gewonnen... Mann, Mann! Schöne, Mann! Mann, Mann! Man, man, man. Ah, das ist mir jetzt gerade noch nicht weiter. Was geht jetzt? Ich bin über den anderen Land. Ich bin über den anderen Land, das ist mir jetzt gerade noch nicht mehr. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn die Menopold? Das ist so ein Stück des Machen. Ja, toll, jetzt auf einmal. Ja, was mir gar nichts bringt. Jetzt, was mir nichts bringt, klar. Ja, toll, jetzt auf einmal. Ja, toll, jetzt auf einmal. Ja, toll, jetzt auf einmal. Gut, dann beenden Sie meinen Part. Wir sehen uns am nächsten Part, vielleicht morgen.